Hallo, liebe Inbetroniser, es ist bald wieder soweit, der nächste Flashmap wird stattfinden. Und zwar findet er statt am 19. Dezember, das ist ein Samstag um 17 Uhr. Wir treffen uns dazu hier zwischen dem Rathaus und den ersten Weihnachtsbuben. Alles weitere erfahrt ihr dann vor Ort, also am 19. Dezember um 17 Uhr hier. Bis dann!